Hallo, kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Buch ist in der fünften Auflage erschienen und ich freue mich sehr darüber. Ich will es euch empfehlen und ans Herz legen. Das Buch versucht das Gleiche zu machen, was der YouTube-Kanal hier versucht, nämlich Psychopharmakotherapie möglichst praxisnah und auch in einfachen Worten zu erklären. Es richtet sich schon primär an Ärzte und Leute, die mit Psychopharmaka auch was aktiv zu tun haben. Es ist aber verständlich geschrieben, auch für Patientinnen und Patienten und Angehörige und Leute, die in dem Feld arbeiten. Seit der vierten Auflage hat sich viel getan. Zum einen wurde es grundlegend korrigiert von einer sehr engagierten, sehr guten Fachapothekerin, die alles nochmal geprüft hat auf Aktualität und Richtigkeit. Zum zweiten sind Kapitel hinzugekommen, insbesondere ein sehr ausführliches Kapitel über Schmerztherapie. Und zum dritten ist alles aktualisiert worden. Also in der Videobeschreibung seht ihr den Link auf das Buch. Fünfte Auflage Psychopharmakotherapie griffbereit. Ich kann es sehr empfehlen.